Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Golfprojekt. Wir fangen an die Rückband auszubauen und dafür muss ich zuerst die vorderen Schrauben lesen. Als nächstes mussten die Rückenlehnen raus, wofür ich die hinteren Klipse lösen musste. Im Anschluss habe ich angefangen, die restlichen Abdeckungen abzubauen. Ja, hier noch kurz das Kabel ordentlich verlegen. Und dann noch kurz den Bit vom Vorbenutzer gefunden. Naja, wer sucht denn noch unter ner Abdeckung, ne? Als nächstes habe ich angefangen, die Anschnaller auszubauen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe ohne Aufnahme noch ein bisschen weiter gemacht. Das Update dazu kommt allerdings im nächsten Video. So, als nächstes werden wir uns in den Rost an einem Auto kümmern. Beziehungsweise an den Bremsleitungen. Weil die kann man vielleicht noch retten, meinte der Vorbesitzer. Und das sieht anscheinend ein bisschen schlimmer aus. Genau, und jetzt gucken wir erstmal, damit ich da überhaupt drunter komme, um zu gucken, habe ich den jetzt mal ein bisschen versucht aufzubucken auf Toiletten. Weil ich habe halt keine Hebebühne. Dann hoffe ich komme ich da drunter einigermaßen dran. Und darum kümmern wir uns jetzt. Vorne habe ich den schon gestern hoch gemacht. Und heute kümmern wir uns auch noch hinten drunter. Hierfür habe ich auf beide Seiten Wagenheber platziert. Und habe nach und nach jede Seite abwechselnd ein Stückchen höher gepumpt. Bis ich auf meine gewollte Höhe kam. Jetzt steht der vorne und hinten auf Paletten. Ich bitte euch, das was ich gerade gemacht habe, niemals nachzumachen. So, und ab hier habe ich selbst kurz etwas Angst gehabt, da ich weniger Platz als erwartet hatte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.